Durch Öffnen der seitlichen Reißverschlüsse lässt sich der Sitzbezug in Liegeposition bringen. Das im Sitzbezug eingearbeitete Ergo-Material bietet eine optimale Luft- und Temperaturzirkulation für Ihr Kind. Die Ergo-Einlage ist separat entnehmbar und waschbar. Das patentierte TFK 5-Punkt-Gurtsystem ist komplett entnehmbar und erleichtert Ihnen das Anschnallen Ihres Kindes sowie die Befestigung des Fußsacks. Der Bauchbügel lässt sich in verschiedene Positionen justieren und vom Rahmen abnehmen. Die Fußablage für die kleinen Kinder lässt sich auch nach oben klappen, um eine optimale Liegeposition zu erhalten. Das darunter angebrachte Trittbrett für die größeren Kinder lässt sich nach oben an den Rahmen anpassen.